Um sich im eigenen Zuhause richtig wohlzufühlen, ist neben dem Komfort auch die Sicherheit ein äußerst wichtiger Faktor. Türsprech- und Videoanlagen ermöglichen eine Sprech- bzw. Sichtverbindung nach draußen und bieten zugleich eine sichere wie komfortable Zutrittskontrolle. Dabei können die Anlagen hinsichtlich Design und Funktionalität ganz individuell gestaltet werden, sodass sie sich ästhetisch in das Gesamtbild des Eingangsbereichs einfügen. Auch funktionell gibt es heute für praktisch jeden Kundenwunsch die maßgeschneiderte Lösung. So ist beispielsweise ein schlüsselloser Zutritt möglich. Mit Kartenleser, Code-Eingabe oder Fingerprint. Videosysteme ermöglichen über komfortable Inneneinheiten mit Wandmonitoren die intuitiv einfache Bedienung der Türanlage sowie eine sichere Besuchererkennung. Die Innengeräte bieten ein modernes Design, das den Wohnbereich auffällig-unauffällig ergänzt. Dank mobiler Technologien sind der Bedienung kaum Grenzen gesetzt. Innengeräte lassen sich überall dort installieren, wo sie von den Hausbewohnern individuell benötigt werden. Das Videobild kann auch auf das Smartphone oder Tablet übertragen werden. Sogar die komplette Steuerung über das mobile Endgerät ist möglich. Mit Besuchern kann so an der Haustür kommuniziert werden. Ganz gleich, wo man sich gerade im Haus befindet.